Ich lerne Deutsch. Resolut Vergiss bitte nicht, diesen Kanal zu abonnieren. Das Wort Resolut wird verwendet, um Personen oder Handlungen zu beschreiben, die durch Entschlossenheit, Bestimmtheit und Zielstrebigkeit gekennzeichnet sind. Das Wort Resolut wird verwendet, um Personen oder Handlungen zu beschreiben, die durch Entschlossenheit, Bestimmtheit und Zielstrebigkeit gekennzeichnet sind. Er tritt Resolut für seine Überzeugungen ein. Er tritt Resolut für seine Überzeugungen ein. Betont, dass er entschlossen und fest zu seinen Überzeugungen steht und sich nicht beirren lässt. Sie weist die unhöflichen Gäste Resolut in ihre Schranken. Betont, dass sie entschieden und mit klarer Haltung gegen das unhöfliche Verhalten der Gäste vorgeht. Die Managerin handelt Resolut, um das Problem zu lösen. Betont, dass die Managerin mit Entschlossenheit und Zielstrebigkeit die Situation angeht und Maßnahmen ergreift. Er zeigt eine resolute Haltung in der Verhandlung. Betont, dass er in der Verhandlung fest und entschlossen auftritt, ohne nachzugeben. Die Lehrerin fordert Resolut Ruhe in der Klasse. Betont, dass die Lehrerin mit Nachdruck und Bestimmtheit für Ruhe sorgt. Er verwehrt den Zugang zum Gebäude Resolut. Betont, dass er entschlossen und ohne Zögern den Zutritt verweigert. Sie gibt eine resolute Antwort auf die Frage. Sie gibt eine resolute Antwort auf die Frage. Betont, dass sie klar und ohne Zweifel antwortet. Vergiss bitte nicht, diesen Kanal zu abonnieren. Und gib uns bitte ein Like. Ansonsten an, den Kanal zu abonnieren. Vielen Dank.